Herzlich Willkommen zunächst in Star Wars The Force Anleashed Episode. Ich bin Zoevo für WePlayGames4U und wir sind hier schon wieder auf dem nächsten Planeten. Wir müssen jetzt hier mal schauen, was hier so abgeht. Okay, so Steuerung habe ich wieder drinnen in etwa. Vermute ich zumindest. Irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt. Können wir das da rausnehmen, oder wie müssen wir das machen? Okay, was sollen wir hier jetzt genau machen? Vielleicht müssen wir uns aufladen. Hm, irgendwie nicht so richtig. Wie kriegen wir das denn hier frei? Einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen wir das irgendwie eben. Wie funktioniert denn der Spaß nochmal? So. Ich glaube, die sind nicht so ganz. Wir kriegen ihn da auch nicht raus. Das ist das Problem irgendwie gerade. Wir kriegen ihn da nicht raus, Fox. Oh, das war nicht so ganz. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht sogar zuerst hin müssen. Okay, bringt uns das hier irgendwas? L1 zum Sprinten, okay. Okay. Wir müssen ja irgendwie auf jeden Fall was hier damit machen. Ich weiß nur noch nicht so richtig was. Können wir erstmal hier unten gucken, ob wir hier unten noch was machen müssen vorher. In irgendeiner Form. Runterfallen sollten wir vielleicht nicht. Okay. Das können wir kaputt machen. Sehr interessant. Das bringt uns aber jetzt auch nicht so richtig was. Hm. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ich bin gerade etwas graviert. Drücke R2 um ein Dreieck, um Gegner und Objekte zu packen und mit dem Blitz anzugreifen. Wenn ihr sie auf dem Boden oder andere Gegner steuert, wird sie eine... Okay, ich versuche es einfach mal. Okay, so kann man also Sachen auch mit einem Blitz zusätzlich versehen scheinbar. Wir sollen eine Brücke bauen, indem wir mit dem Machtgriff Sachen da raus bauen. Okay, sehr interessant. Wir müssen wieder frei sein, ob wir jetzt bin ich hier runtergefallen. Obwohl ich aber gar nicht unbedingt. So. Okay. Das hat uns jetzt ja nicht ganz so viel gebracht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin immer noch etwas verwirrt, weil ich nicht so genau weiß, was wir da oben mit anstellen sollen. Kriegen wir das da raus? Verdammt nochmal. Wir kriegen das da raus. Och Leute, wir machten es doch zu schwer. Irgendwie bin ich echt ein wenig... ...verwirrt. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Nee. Okay, okay, okay. Gibt es hier irgendwie auch nichts? Ich weiß, ob wir hier einfach mal... Hier gibt es so eine Verwundbarkeit. Sehr interessant. Wie ist es hier so? Wo bist du denn da, Kollege? Gib mal, Kollege. So. Wie holt ihr denn alle hier, Mensch? Die ärgert mich ein bisschen grad. So, der ist tot. Jetzt hängen wir noch einen. Irgendwie nur am Leben, sind die tot. Was ist mit dem passiert? Der ist da auch irgendwie so festgebaut. Kriegen wir auch nicht los. Was? Okay. Ist denn noch mehr in diesem Sprengstoff? Das könnte auch Sprengstoffzeug sein. Wir können uns erst mal den, äh... ...fors wieder aufbauen lassen. Ich glaube, irgendwie macht es noch nicht so ganz. Ist immer nur nicht frei. Okay. Okay. Wieso mehr es gleich nochmal, wenn die Energie mal wieder voll ist? Irgendwie so muss das ja funktionieren können. Das klappt nicht, okay. Okay, okay, das klappt so also auch nicht. Verstanden. Mal gucken. Schauen wir mal hier. Was hier so abgeht. Eclipse an Starkiller. Uns wird viel Aktivität hinter dem Hyperantriebskern angezeigt. Okay. Ja, das ist ja gut, Mann. Ja, ja, ja. Voll vorbeigeworfen. Bisschen peinlich, was ich hier abziehe. Okay. Wird schon auch werden. Ja, ja. Zack, zack, zack. Der ist tot, oder? Können wir hier irgendwie was machen? Das Ding da? Das sah doch fast so ein bisschen aus. Vielleicht auch nur, weil ich ihn da dagegen geworfen habe. Ich weiß es nicht. Versuchen wir es jetzt einfach mal. Nein, ich bin mir nicht, wenn man das da hinwirft, denke ich. Gucken, wie geht es denn jetzt hier weiter? Da geht es nicht rum. Das war das. Und dann ist nichts. Hm. Wo müssen wir denn jetzt da runter? Da rüber, oder wie? So. Oh, das ist nicht hoch. Verdammt. Das hat doch gut geklappt. Gut, gut, gut. Das lief ja. Irgendwie. Was war das denn? Und wo kamst du denn her, Kollege? Was soll denn das? Du warst doch tot. Was soll denn das? Ja, ja, ja. Hier mich auch, hier mich auch. Verdammt, voll vorbei, Mann. Ich treffe da eins doch nicht. Uiuiui. Jetzt sterben wir hier auch noch bald. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Also mehr tot? Egal. Ich komme noch nicht so richtig zurecht hier auf der Karte. Ich weiß noch nicht so genau, was wir hier machen sollen. Ich stelle mich wahrscheinlich unheimlich blöd an. Tut mir auch leid. Weil zumindestens sieht man da, dass ich das Spiel vorhand auf jeden Fall noch nicht gespielt habe. Ja, das ist cool. Sollen wir damit jetzt anfangen? Erklärt's mir doch mal bitte. Ihr werdet einen Weg finden müssen, um durch den Hilferantriebskar zu kommen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das geht jetzt, oder was? Alter. Jetzt bin ich grad ein bisschen erbost, ne? Das hab ich eben doch schon mal gemacht. Naja, gut. Hab ich verstanden, was ich machen muss, ist in Ordnung. Wird gemacht und gut ist. Mein Gott, ärgert mich das. Geht das nicht weiter nach da hinten? Okay. Na ja, gut. Komm, komm, komm. Nach oben wird hier Brücke. Warum klappt das denn nicht so genau, wie ich mir das vorstelle? Wir müssen mal warten, bis unsere Leiste vielleicht mal voll ist, ordentlich. Warten mehr, warten mehr, warten mehr mal. Jetzt geht er doch. Okay. Zack, zack, zack. Kaputt machen hier. Zack, 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 macht Blitz. Oh, jetzt sieht es doch schon viel besser aus auf einmal. Komm, ich schaue langsam wieder ins Kämpfen rein. Ich bin gerade begeistert. Zack. Ich denke, wir müssen ja alle abschießen, damit wir da ein Loch reinmachen. Es gibt ja gar nicht, dass ich auf einmal doch wieder ordentlich zu Recht komme, muss ich sagen. Das geht mal runter. Zack, zack, zack. Sehr gut. Oh, okay. Okay. Mir ist egal. Der ist alles tot. Sag mal, gucken wir mal. Kann man da bestimmt wieder irgendwie was aus dem Schleim hochziehen? Das wollte ich gar nicht, Kollege. Wollte eigentlich das da unten. Genau. Das wollte ich hoch machen. Komm, komm, komm. Verdammt habe ich viel Schaden bekommen. Bisschen kacke gerade. Bisschen richtig kacke. Oh, okay. Speichert hier aber. Okay. Wir müssen jetzt eben erstmal gucken, dass wir wieder ein bisschen HP bekommen. Oh, jetzt kleine Jarbas, das ist ja geil. Ich mag die Galis. Die sind geil. Aber wir müssen sie ja leider töten. Immerhin kommen wir hier jetzt mal ein bisschen voran. Ich bin schon echt ein bisschen angefressen gewesen, wenn ich ehrlich bin. Okay, da ist noch so einer. Es gibt ja noch mehrere. Ja, ihr werft hier nur eure Granaten da, ihr kleinen Scheißer. Was machst du denn da, Kollege? Kannst dich schon nicht da rum verstecken. Wer nicht auf dich ballern will. Also ehrlich. Ich weiß es. Ich weiß es. Tolle Sprache, was ihr da habt. Wir machen uns hier ein bisschen rum. Es gibt aber hier scheinbar nichts interessantes. Ich weiß es. Was soll denn das, Kollege? Komisches rumgeballert da. Oh, das ist nicht so gut. Dann müssen wir mit Doppelsprung hoch. Habe ich verstanden. Ich finde es gut, dass hier immer so zu Schutzwände sind quasi. Dass man gucken kann, dass die geschießereide erstmal aufhört. Oh. Oh ja. Oh ja. Okay. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Ich stelle mich mal wieder ein bisschen nubisch an gerade. So. Na ja. Es kommt ja alles noch. Es ist erst die zweite Mission eigentlich. Oder die dritte. Je nachdem ob man die Raider Mission mitzählt. Ich denke da ist es normal, dass man noch nicht alles geschissen kriegt. Warum springst du denn nicht? Zehnmal springen gedrückt, dann macht es nicht. Ich kriege schon rappelt oder sowas. Ai, ai, ai. So. Komm. Noch einmal. Wir geben ja nicht so schnell auf. So. So. Zack. So, aufi. Und dann mit dir. So. Perfekt. Können wir weitergehen hier. Okay. Ich weiß jetzt sogar. Sehr interessant. Ich könnte gerne sterben mit dem Blitz. Oh. Ich habe keinen Power mehr. Oh. Gut, dass er gespeichert hat. Bin nämlich fast draufgegangen eben hier. Durch den Schwachsinn. Ich hole mich. Ich hole mich noch immer aus. Ich hole mich ein bisschen rein. Oh. Oder?